Ja, Abschnitt 2 ist erledigt, das war Isla Sona, Ankunft bei Ingen und dann wird es weiter hier die Strecke, die lang zu die Gejagten, da habe ich auch schon den Bernstein, aber die Minikids fehlen mir, Angriff aufs Lager fehlt mir noch einer, hohes Gras, da fehlen mir 6, ja. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Säge, etwa anderthalb Meilen von der Klippe entfernt, wir lassen sie noch schlafen, eine Stunde vielleicht. Oh nein. Was ist das? Nicht bewegen! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war's für heute. Oh, 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 oh. Er kommt wieder! Nicht in Schuhe graslaufen! Hey, 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 hey! Sieh dir das an! Ich glaube, RJs Rucksack! Ich bin Schuhe! 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 Ich bin Schuhe!